so hast du das jetzt aufgenommen letzte aufnahme hat er jetzt gerade komplett verbockt aber ich konnte jetzt noch mal hier zurück daher ok daher weiß ich was jetzt hier auch kommt hier kommt das gleiche wagen und zwei wachen erstmal nachts sich aus jetzt hier rüber die zwei mal ausschalten scheiß gepanzert er übel aber dieser wagen da hinten der wird übel den krieg ich nur weg mit sprengsatz glaube ich ja soll ihn hier noch ausschalten hoffe ich auch leise hat geklappt dann gehen wir jetzt hier rein weil jetzt kommt dieser scheiß wagen erstmals inventar und rüsten aus die waffe hier sobald dieser wagen hier vorbeifährt immer hinten hin und wir haben das den typen vor die füße und da wird es hier richtig laut und dann kriegst du nicht laut bloß hin jetzt haben wir richtig jetzt haben wir richtig trappe jetzt haben wir richtig trappe hier 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 jetzt haben wir einen Wir suchen ihn, du Genie! Wir suchen ihn, wir suchen ihn, wir suchen ihn! We have that quest. We have that quest. Do it! Achtung, wir haben gesellschaft. Scheiße. 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 Geh weg, Gott. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Hey, Joe! Komm an dieser Schlieb! Komm raus! Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Die ZDF, 2020 Ja, jetzt ist das, was ich eigentlich vermeiden wollte Warum hab ich da oben dieses ZDF nicht gekehrt gekriegt? Keine Ahnung Da unten ist keiner mehr Aber irgendwas höre ich hier noch Ist da noch was? Da unten ist das, was ich meine Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann wollen wir mal gucken, ob wir es jetzt vielleicht wieder hinkriegen Ich würde sagen, Nachtsichtgerät an Ein bisschen rennen Ja, ein bisschen rennen So, dann können wir auf die Untertitelung des ZDF, 2020 der ist nicht gepanzert da mal willst du mir sagen dass da hinten noch die ganze bande sitzt ja hat sagt da 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, der geht wieder Okay, der geht wieder Alter, was hat man das jetzt? Alter, ich habe die ganze Zeit gedrückt und der läuft ihm hinterher? Ich konnte nichts machen, der ist die ganze Zeit hinterhergelaufen Und dann hat er sich entschieden, gleich können wir jetzt doch Okay, der geht wieder Oh! Okay, wo ist dieses Scheißradio? Da oben Ey, das macht mich grad wahnsinnig, ne? Na, komm schon Wo ist denn der jetzt? Ah, da kommt er Okay, der geht wieder 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 So viel zum Thema lautlos wieder Ja, das war's mit lautlos Ich hab's wieder irgendwie entdeckt Aber hey, ich hab's schon mit erst mal mein Okay, der geht wieder Okay, der geht wieder Okay, der geht wieder Okay, der geht wieder Ja, ich war hinten zu Ich hab gedacht, da wäre keiner mehr Und das war ein Fehler Ja, komm doch mal hierher Ja, komm doch mal hierher Oh, scheiße, das ist ein fetter Ja, komm doch mal hierher Ja, komm doch mal hierher Die Verluste häufen sich Na, die werden nicht noch mehr häufen Das ist nicht geil, die sehen dich nicht Du bist hier im Dunkeln Du kannst mal Ja, okay, der war jetzt clever Ja, das stimmt Momentan, da gebe ich ihm auch recht Heißger blendet mich mit seiner scheiß Lange Komm schon Du erkommst uns nicht Okay, hier Starfall Komm schon Oh, Alter, die Musik, ne? Ich krieg Komplexe. Ich kriege Komplexe. Oh, Alter, das ist ätzend. Wie gesagt, ich wollte mich hier durchsneaken, aber ne. Das ging vorne hinten los. Aber trotzdem war ich nicht ganz gut gelaufen. Ich weiß nicht, wo du dieses Musik abschalten kannst. Kann man diese Lautsprecher killen irgendwie? Ey Leute, das macht wahnsinnig. Das macht wirklich wahnsinnig. Boah, das drehe ich am Rad. Hm, sich das alle, ne? Ja, genau. Ja. 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 Ja, ich habe mal ein Buch, okay. Ich muss mal kurz gucken. Das Buch, Tragebuch. Platz 1 Eintrag hier, okay. Okay, dann hier rein. Na toll. Jupp. Als ich wieder zu mir kam, verlor ich jede Hoffnung. Gefangene wurden hier für Sklavenarbeit oder Zielübungen benutzt. Gut, Leute, das war ein perfekter Speicherpunkt. Es hat am Anfang gut geklappt. So lalala, aber sich komplett klaut, dass das durchzuschneiden, keine Ahnung, wie das geht. Weil es ist echt schwer. Aber man kommt hier aber auch so gut durch, wenn man sich in gewissen Punkten die einfach kommen lässt. Geht das auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann geht es weiter und dann gucken wir, wo es dann hingeht. Bis dann. Aber wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank.